Hi, ich möchte dich gerne mit auf eine Reise nehmen, wo ich begonnen habe, selbstständig zu sein und vielleicht kennst du es auch selbst. Ich bin immer wieder zu einem Punkt gekommen, wo ich mich gefragt habe, Mensch, es wäre mega schön, einen Mensch zu kennen, dem ich eine Frage stellen könnte, wie ich jetzt in dieser Entscheidung mich zu entscheiden habe oder aus welchem Grund gerade das auf mich zukommt. Kennst du solche Situationen? Ich habe solche Situationen viele Male als Selbstständiges erlebt und wenn ich danach auch Führungskraft oder einfach Mensch gewesen bin, wo einfach andere Unternehmungen führt, ist es essentiell wichtig, genau diesen einen Mensch zu kennen und um das Thema geht es heute. Wenn du das erste Mal dabei bist, mein Name ist Alice Hochschule, ich bin Swiss Profile, ich finde es grossartig, dass du heute dabei bist, dass ich genau mit diesem Thema, warum du jetzt einen Mentor brauchst, auf dich zukomme. Ich weiss, es ist in jedem Munde, viele Male hört es sich das auch an, dass man das Gefühl hat, jetzt braucht man den wie. Nein, den brauchst du nicht. Ich möchte dir gerne einfach Sachen aufzeigen, warum ich einen Mentor brauchte oder warum ein Mentor eigentlich was ganz Tolles ist. Mit deinem Mentor kommst du in sieben Meilenstiefeln voran, das hätte ich nie gedacht. Schau mal, ich bin als Einzelkämpfer unterwegs gewesen und habe viele Jahre selbstständig Sachen gemacht. Das ist wunderbar, du kommst auch voran. Aber da stammt es immer wieder von einem Thema, wie macht man einen Podcast? Wie macht man solche Filmchen? Wie kriegt man solche Icons rein, sage ich jetzt mal. Wie kriegst du so etwas rein, wo jetzt ein Da ist, das runterkommt? Genau, wie macht man solche Sachen? Das ist nur so ein Thema. Wie stellt man Menschen ein? Was ist wichtig bei Menschen, wo du einstellst? Was ist wichtig, wenn du bei deinem eigenen Business das kalieren willst? Wie gestaltest du eine Webseite? Wie gestaltest du einen Sales Funnel und, und, und? Und wenn du einfach mal hast, bei Bauchspengler bin ich gross geworden. Ich war 20 Jahre Elite-Soldat. Solche Punkte haben wir nie angeschaut. Da stand ich auch viele Mal vor Themen wie so, Mensch, ich will jetzt ein Buch schreiben. Meine ersten zwei Bücher, die sind noch nicht im eigenen Verlag. Um was geht es da eigentlich? Und dann wurde mir gesagt, Alex, wie gross soll denn dein Buch sein? Welches Cover darf es haben? Wie willst du dein Buch aufbauen mit Klappen, mit Hardcover, mit Softcover? Welches Farbentyp darf es drin sein? Welcher Schriftstil darf es sein? Welche Größe, welche Fette vom Satzstellung her? Wie soll das für dich aussehen? Das Papier. Welches Papier möchtest du? Und willst du eine Fadenbindung, keine Fadenbindung? Und, 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 und. Und ich habe solche angemacht. Was fragt ihr mich da? Ich will ein Buch. Buch, okay, genau, das muss man entscheiden, wenn man ein Buch macht und ein eigener Verlag ist, dann entscheide ich, wo jedes Koma, wo jede Hardstellung ist, wo einfach das reinkommt, wo es reinkommen darf. Und, ja, dann stehst du vor Hürden. Am liebsten hätte ich gesagt, ich weiss, wie man Nägel einschlägt, wie man jetzt ein Haus baut, aber solche Sachen. Mensch, wo ist jemand, der mich da begleitet? Und genau, nach solch einem Menschen habe ich mich jahrlang gerufen und habe gesagt, wo gibt es denn den? Und habe vieles gelernt, ganz viel selbstständig gemacht, einzeln gemacht. Und, ja, jetzt stehe ich sogar selber am Punkt. Man muss sagen, ich habe mich letztes Jahr auch mal entschieden, dass ich auch eine Begleitung von Coachings bekomme, wo mich einfach begleiten, wo mich zeigen, was ist es denn sehr wichtig als Selbstständiger? Wenn du jetzt was für Geschäftsführer sein möchtest, was ist da der Unterschied und um was kommt es da drauf an? Und das war spannend für mich. Habe ich viel gelernt, habe ich auch viele Sachen gelernt, die ich gar nicht lernen wollte und habe viel gelernt, wo man gar nicht lernen sollte. Es ist echt spannend gewesen, es ist lustig gewesen. Aber am grössten Glanz war das ein riesen tolles Entscheidende. Und einfach, für mich ist ein Mentor ein loyaler Mensch, der da steht, wenn ich eine Frage habe. Dieser Mensch begleitet mich von A bis D. Wenn ich an einer Kurve stehe oder einer Kreuzung stehe, sehe ich zwei Wege. Da kann ich jetzt sagen, gehe ich links oder gehe ich nach rechts. Dann möchte ich gerne, dass mir der Mentor sagt, was darauf zu achten ist, was da auf mich zukommen könnte und dass ich mich dann selbst entscheide. Der Mentor ist da in beiden Lagen und ist immer bei mir auf der Seite und pusht mich, gibt mir glorreiche Ideen oder einfach stellt mir schöne Fragen, wo mich anregt, zum nachzudenken. Das ist meiner Sicht ein Mentor und genau so begleite ich Menschen als eigener Mentor. Yes, ich bin Mentor und begleite dich, daran es geht. Und da ist es essentiell wichtig, auch den Menschen gross zu machen, nicht einfach den Menschen in seinen Ticketpunkten klein zu halten oder ihm das Gefühl zu geben, dass er jetzt abhängig wird. Solche Sachen finde ich von einem Mentor nicht gerechtfertigt, das gehört nicht dazu. Und der Profiler, der Swiss Profiler Academy, nein der Swiss Profiler, in der Profiler Academy, jetzt haben wir es richtig gestellt, genau das mache ich da und begleite ganz viele Firmen, Menschen, Einzelpersonen, wo einfach selbstständig sind oder Führungskräfte sind und da begleite ich die, genau. Und das habe ich mir Jahre gewünscht, auch da zu stehen und zu sagen, wow, grossartig. Mittlerweile coache ich auch, begleite ich Menschen in meinem Mentoring, die haben dann der ETH studiert in der Schweiz und die begleite ich als ehemaliger Bauchspengler. Ich begleite auch Doktoren von der Pharmaindustrie und als ehemaliger Bauchspengler. Ich begleite angehende Coaches und mache die gross als ehemaliger Bauchspengler. Ich begleite Menschen, die Branding und Design machen, verschiedene Firmen, Anwandskanzleien, ich, ABB, einfach mal zum Nennen, welche Firmen ich da begleite. Ich darf nicht jeden Namen nennen, aber gewisse darf ich und das finde ich grossartig, dass du weisst. Wenn du, am liebsten würde ich euch alles erzählen, was wir da tun, aber mir ist auch wichtig, dass ich als Mentor, und das erwarte ich auch von einem Mentor, dass er loyal ist, dass er eben nicht alles erzählt und es gibt ganz verschiedene Sachen, die auch Verschwiegenheit darin betrachten. Das ist auch gut so, weil da geht es ja auch um Menschen und um diese zu begleiten, braucht es ja auch aus gewissen Sachen Schutz und genau das stelle ich mir als einem Mentor vor und ich hätte mir das früher immer gewünscht und da habe ich jetzt mit schlussendlich gesagt, weisst du was, jetzt ist es Zeit, dass du da draussen einen Mentor bekommst und dass das Swiss Profile mich selbst und dazu habe ich jetzt einen wunderbaren Podcast-Episode gemacht, habe es davor schon kurz eingeblendet, dass du mal siehst, was wir da alles tun und dass du einfach da ist es jetzt, dass du auch das genaue Detail hinbekommst in diesem Podcast, was ich dann als Mentor brauche und warum du jetzt gerade einen Mentor brauchst. Jetzt ist die Zeit, wo du merkst, jetzt kommst du einen Schritt weiter und ich habe es davor ja angesprochen, als ich damals selbst einen Mentor hatte, nach folgenden Schlusszeichen, kam ich in sieben Meilen schieben vorhanden, genau diesen Effekt gebe ich dir auch, du stehst dann nicht mehr allein. Ich kann mich noch gut vorstellen, wo ich mich damals entschieden musste, einen Podcast zu generieren, ich hatte ja fast zwei Wochen gebraucht, bis ich damals ein bisschen Equipment zusammen hatte, ich habe da damals YouTube-Film geschaut, es gab da noch nicht so viel, habe im Schnitt Tontechnik keinen Plan und da ganz langsam hineingekommen, so jetzt nach 110 Podcasts, weiss ich langsam, habe ein bisschen Ahnung und habe heute, echt heute, ich habe mal Statistiken angeschaut, ist echt cool, letzten Monat waren es 1600 Downloads von meinem Podcast, heute ist, was ist heute, der 15. Mitte Woche haben es über 800 Menschen schon runtergeladen, den Podcast, echt genial, was da abgeht, ich hätte das nie gedacht, es braucht auch viel Arbeit, aber einfach mit einem Mentor, ich mache Filmchen für meine Profile Akademie, wo sie einfach Schritt für Schritt durchgehen können, da hast du in zwei Tagen deinen Podcast, du weisst, wie du schneiden musst, du weisst, was bei Ton kommt, wo hochladen, wo runterladen, wo reinschreiben, einfach so, ich hätte mir das gewünscht, wow. Und so hast du bereits mit diesem Teil drei Wochen eingespart, boom. Und das ist essentiell wichtig, weil diese Zeit kommst du nicht voran, im Kopf, Mindset triggert sich das, du bleibst stehen und du weisst nicht gerade, was die nächsten Punkte sind und genau, als Mentor, wenn du wirklich einen guten Mentor an dir seid, der zeigt dir das, der lohnt sich durch. Ich habe jetzt auch gesagt, wir steuern auf einen Hurricane zu, ich war schon dreimal durch den Hurricane, ich werde jetzt auch mit euch das nächste Mal machen, das ist kein Problem, es wird Turbulenzen geben, ihr werdet euch über Bord kotzen, aber es ist wichtig, wir gehen zusammen da durch und ich weiss, wie jeden Schritt der kommt und ich kann euch das sagen und genau so darfst du auch mit deinem Mentor umgehen, du bezahlst den ja auch und die Mentoren, die sind nicht gerade günstig, aber wenn du es auf das Endsumme danach anschaust, ist es ein Klacks, du bekommst so einen Solaire von einem Mentor, wenn du es richtig anstellst und clever und bei uns ist es so, in einem Monat wird zurück, dein Monatssolaire und das ist essentiell wichtig, dass man es versteht und so soll es ja auch sein und dass dann auch merkt der Mentor, wow, ich mache Menschen gross, ich lasse Menschen gross gestalten und genau das ist der Punkt, wo du merkst, das ist komplett ein Game Changer. Wenn du jetzt in deiner kleinen Welt noch arbeiten möchtest, kannst du es gerne tun mit deinem Mentor, mit deinem gezielten Mentor, kommst du immens weiter. Der kann dir da Fragen stellen, wo dich selber triggern, wo dich aus Löchern aussieht und sagst, Mensch, ist das schön, wo dir einfach eine Liste gibt, wo du einfach durchgehen kannst und sagst, spannend, jetzt habe ich diese Kunden, jetzt live läuft es, jetzt weiss ich, wie das geht und ich erzähle auch immer wieder auf, ich mache ja auch, ich habe so viele Fehler gemacht, waren es wirklich Fehler? Vielleicht aus einem gewissen Punkt waren es Fehler, auf dem anderen habe ich gesehen, nein, es war wichtig, dass ich das tat, weil jetzt kann ich darüber reden, jetzt kann ich es mitgeben und eigentlich war es schön, weil es waren Erfahrungen, die ich gemacht habe, Erfahrungen, die wichtig waren, dass ich die getan habe, dass ich jetzt auf das nächste Level komme und mit deinem Mentor kommst du nicht nur auf ein Level, sondern auf die nächsten zehn, der katapultiert dich da hoch in einer Zeit, wo du gar nie gedacht, nachgedankt hast und wenn du danach zurückschaust, sagst du, Mensch, das hat sich jetzt gelohnt, dieses Kapital einzusetzen und genau um das geht es, diesen Mentor darfst du jetzt einsetzen, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, kannst du jetzt dies auf meinem Podcast erfahren, wo es darum geht, Profiler Menschen zu lesen und wenn du das Gefühl hast, yes, Alex, von dir möchte ich gerne mehr erfahren, dann komm in unsere Facebook-Gruppe Swiss Profiler, wo wir da Menschen lesen, das kannst du da für dich auch lernen, da unten steht, wo wir in Zukunft, in Zukunft auch mehr Webinars gestalten würden und einfach dir die nötigsten Informationen geben und wenn du allgemeine Erfahrungen über uns haben möchtest, dann ist das die Adresse, wo du jetzt dich direkt melden kannst. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir einen wunderschönen Tag, wenn es dann wieder heisst, Alex Kuschel, Swiss Profiler. Tschüss, servus und bis bald.